Die Tardis bahnte sich wütend ihren Weg hinunter auf die Oberfläche von Gallifrey und setzte mit einem lauten Plumps auf. Die Tür öffnete sich und der Doktor stieg aus. Romana folgte ihm mit schlurfenden Schritten, was in ihren hochhackigen Schuhen ziemlich beeindruckend aussah. Der Roboterhund K9 flitzte aus dem Schiff und rannte aufgeregt voraus. Die Hauptstadt von Gallifrey war entweder die Spitze allen Ehrgeizes oder eine idiotisch große Schneekugel, je nachdem. Türme und Nadeln ragten so hoch auf, dass sie die gewaltige Glaskuppel zu durchbohren drohten. Sie standen vor einem ebenso großen wie prachtvoll hässlichen Sofa. Ich glaube, ich habe soeben den wahren Grund dafür entdeckt, Doktor, warum sich auf Gallifrey nie etwas ändert, sagte Romana. Unsere Leute haben einen bemerkenswert schlechten Geschmack. Sie setzten sich auf das Sofa. Ganz gleich, wie sehr sie sich auch bemühten, es weigerte sich, bequem zu sein. Jede Wette, das Ding hat einen Haufen Geld gekostet, sinierte der Doktor traurig. Ich werde einen ernsten Brief an den Verantwortlichen schreiben. Dann hielt er fassungslos inne. Romana hatte es nicht bemerkt. Irgendwo da draußen, in einem dieser Gebäude dort, leuchten die Ohren meines Tutors. Mich erwartet eine ordentliche Strafpredigt. Was für eine Sorte von Äon sollte das sein, junge Roman Advorat Relunda, wird er mich fragen. Oh, das wird wirklich schrecklich werden. Was glaubst du, wie ich mich erst fühle, murmelte der Doktor düster. Mir ist gerade erst wieder eingefallen, dass ich der Präsident bin. Romana fand es, wie alle anderen Timelords auch, in der Tat recht einfach zu vergessen, dass der Doktor eigentlich der Lord President von Gallifrey war, der Regulator des Auges der Harmonie, Bewahrer des großen Siegels von Rassilon und der Etc. von Etc. Der einfache Grund dafür war, dass diese unangenehme Tatsache rein zufällig zustande gekommen war. Während eines vorhergehenden Besuches hatte der Doktor rein zufällig den einzigen anderen Kandidaten für die Präsidentschaft getötet. Es war Teil eines kunstvoll geschmiedeten Plans des Masters gewesen, um ein schwarzes Loch zu stehlen, das unter dem Teppich im Panoptikon versteckt war. Der Doktor hatte kurz versucht, Präsident zu sein. Irgendein Witzbold hatte darauf hingewiesen, dass während der Zeit, als der Doktor auf der Erde im Exil gewesen war, der Planet jede Woche erobert worden war und dass Gallifrey vielleicht nichts anderes erwarten durfte. Und tatsächlich, sie waren innerhalb von 14 Tagen zweimal erobert worden. Der Doktor erklärte die ganze Angelegenheit zum schlimmsten Urlaub aller Zeiten, und da hatte er Mallorca sogar schon kennengelernt und war kurz darauf aufgebrochen. Merkwürdigerweise war Gallifrey seither nicht wieder erobert worden. Der Doktor löste sich aus den Umklammerungen des Sofas und mühte sich ungelenk weiter. Ich gehe jede Wette ein, die alten Gockel haben vergessen, dass ich der Chef bin. Er rieb sich die Hände. Das könnte ganz lustig werden. Insbesondere, sobald sie mich verhaften lassen. Und tatsächlich, in der Ferne war ein Alarm zu hören, gefolgt vom distinktiven Klappern militärischen Schuhwerks. Der Doktor warf einen prüfenden Blick auf seine Uhr. Sie kommen zu spät. Das ist der neue Mann schuld. Der neue Mann sind Sie. Oh, ich weiß. Ein Trupp der Chancellory Guard richtete die Waffen auf die beiden Neuankömmlinge. Der Doktor warf theatralisch die Hände in die Luft. Ich bin euer Führer, erklärte er mit Nachdruck. Bringt mich zu mir. Der Doktor fand stets großen Gefallen daran, vor der Chancellory Guard herumgestoßen zu werden. Mit ihren Postkastenroten Uniformen und den Nadelstreifenmützen erinnerten sie ihn an bunt eingewickelte Weihnachtsschokolade. Für die Chancellory Guard war das alles rätselhaft. Wenn man von ihnen abgeführt wurde, war das für gewöhnlich ein No-Way-Trip. Am Ende hörte man einfach auf zu existieren. Doch anstatt eingeschüchtert oder verängstigt zu sein, redeten die beiden Gefangenen über das weiche Mobiliar. Sie lachten über die Aufblasbaren, die Gepolsterten, die Grotesk-Purpurnen. Der Doktor fragte sich, ob es eines Tages eine ganze Serie von Friseursalons gegeben hatte, die aufgewacht waren und feststellen mussten, dass man sie ausgeraubt hatte. Endlich trafen sie in einer heiligen Unermesslichkeit ein. In vermutlich ihrem Zentrum stand ein umgestürzter Monolith von einem Steintisch. Am anderen Ende des Tisches saß zusammen gesunken ein kleiner Mann in seiner zeremoniellen Robe, ein von Schulweisheit Gelehrter in einem Bettbezug. Er hatte seine Drahtbügelbrille aus dem Gesicht geschoben, um sich die müden Augen zu reiben. »Oh, Sie sind es«, stöhnte er. »Wer hat da auf meinem Stuhl gesessen?«, bellte der Doktor entzückt. »Oh, seht her, es ist Borusa.« Er versetzte dem kleinen Mann einen Ellbogenstoß in die Rippen. »Romana«, rief er jubilierend, »es ist Kardinal Borusa, mein alter Tutor.« »Ähm, meiner auch«, sagte Romana überrascht. Fuldankin Borusa, Archprime Cardinal of Gallifrey, hatte kürzlich eine Serie unglücklicher Leben gelebt. Timelords haben 13 Leben, und bei vorsichtiger Haltung ist es möglich, sie zu einer sehr langen Lebensspanne zu strecken. Kardinal Borusa hatte im Verlauf seiner langen, langen Karriere eine ganze Reihe erfolgreicher Zeitingenieure, Quantenmechaniker, Relativitätsarchivare und so weiter ausgebildet. Allesamt waren sie respektable Timelords in respektablen Berufen, und ausnahmslos alle konnte man schrecklich einfach vergessen. Der Doktor war eine Ausnahme gewesen. Er liebte Meinungsverschiedenheiten und warf sich mit einer Geschwindigkeit in alle Arten von unwahrscheinlichen Ereignissen, dass es manchmal geradezu unmöglich war, mitzuhalten. Borusa hatte seinen schlimmsten Studenten in jüngerer Zeit zweimal getroffen. Zuerst, als ein schwarzes Loch in der Kammer von Panoptikon aufgetaucht war. Und dann war da noch die Periode gewesen, als Gallifrey ziemlich oft erobert worden war. Beide Gelegenheiten hatten den Doktor in höchster Gefahr gesehen, und doch hatte er sie überstanden. Dem Kardinal war es bei weitem nicht so gut ergangen. Als würde das Universum versuchen, die Dinge dennoch auszugleichen, hatte sich seine politische Karriere gleichzeitig beschleunigt. Der Doktor war mehr oder weniger zufällig in seine Präsidentschaft geschlüpft, und das Lenken der Geschicke der wichtigsten Zivilisation von allen war ihm ziemlich egal. Also war Borusa, vorsichtig und nicht im geringsten neidisch, in die Lücke gesprungen. Er hatte also eine Reihe von Äonen als stellvertretender Präsident verbracht, und die Vielversprechenderen der Timelords unterrichtet. Des Weiteren hatte er über Wege geforscht, wie er am Leben bleiben konnte. In dem Zuge hatte er kürzlich ein mildes Vergnügen am Unterrichten der Timelady, Roman Advorat Trilunda, empfunden. Sie war gewiss ein heller Kopf. Was ihr fehlte, war ein Funke. Er war ziemlich überrascht gewesen, als sie Gallifrey für eine kurze Mission verlassen hatte, und noch überraschter, als sie nicht gleich zurückgekommen war und gelobt hatte, die Kapitale nie wieder zu verlassen. Aber nun war sie wieder da, nach langer Abwesenheit, und taumelte im Sog des Doktors mit. Die Veränderungen an ihr waren erschreckend. Nicht nur, dass sie sich regeneriert hatte, sie hatte auch irgendwie den fehlenden Funken gefunden. Sie trug einen makellos geschnittenen Tweetanzug, ihr Gang war federnd, und aus ihren Augen strahlte eine scharfe Intelligenz. Oje. Romana war nun leider eine Kraft geworden, mit der man rechnen musste. Nun denn, Borusa, kündigte der Doktor an, die Stimme so laut, dass der Kardinal einen alarmierten Blick auf den Kronleuchter warf, der über seinem Kopf baumelte. Ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Aha, und das wäre? Sehen Sie, es ist so, begann der Doktor. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist so schrecklich, schrecklich schmerzvoll. Die Cricketmen sind zurück, ruinierte Romana ihm den Spaß. Aber das ist absurd, entgegnete Borusa. Sie traten hinaus in die große Matrixkammer. Die Matrix enthielt die Ansammlung allen Wissens der Timelords, abgesaugt aus den Seelen der Verstorbenen. Techniker huschten mit den müden Gesichtern von Leuten umher, über die ständig getratscht wird. Eine ferne Glocke läutete mürrisch. Etwas stieß gegen das Bein des Doktors. Er blickte nach unten. K9, strahlte er. Der Roboterhund wedelte mit dem Schwanz. Meister, sagte er und betonte die Anrede wie Was hat dich so lange aufgehalten? Der Doktor blinzelte, nur um sicher zu gehen, dass es der richtige K9 war. Irgendwo auf Gallifrey befand sich eine frühere Version des Hundes, zusammen mit einer früheren Version von Romana. Das heißt, ihrer Vorgängerin als Reisebegleiterin des Doktors. Eine recht furchterregende Amazone mit Namen Lila. Romana tätschelte dem Hund die Ohren. Na, hast du etwas herausgefunden? Ich habe ein solides Portal in das amplifizierte panotropische Netzwerk etabliert. Gut gemacht, K9. Romana rieb ihm die Blechnase. Das kam tanz auf, k3, c5. Die Blechnase.